Moin Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Video für die Nintendo Switch und es handelt sich dabei um Dark Souls 2, den ersten Teil haben wir ja auf der Switch gespielt und diesen Teil spielen wir jetzt auf dem PC, einfach nur weil er nicht auf der Switch erschienen ist, ich den aber gerne spielen würde und ja wenn ihr Lust habt seid dabei. Fangen wir mal an. Bin ein bisschen aufgeregt. Das Spiel wurde leider auch okay. Ich musste es einmal kalibrieren bzw. einsteigen in das Spiel, deswegen kann gut sein, dass da jetzt ein Save Game ist, aber ich habe nicht wirklich gespielt, also keine Klasse oder so erstellt. Los geht's. Online Modus brauchen wir nicht. Den PC bitte nicht ausschalten, den machen wir nicht. A murky, forgotten land. Umgeplumst. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning and you won't even care. By then, you will be something other than human. A thing that feeds on souls. A hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. That was schon Anulando. Maybe you are familiar. Now, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate, without really knowing why. Wah, is the old ekelig. Und i will. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist ein Un-Dead, ein Un-Dead zu spielen. Sie alle hier enden, alle diejenigen wie Sie. Sie sprachen zu diesem Kind-Ole-Dir, nicht Sie? Sie sind fertig. Sie werden im Hollow. Ja, Sie werden eines von ihnen. Hollows beten auf sie, auf ihre Säte. Das ist das Feind der Kürsten. Was ist dein Name? Okay. Wie ist denn mein Name wohl? Zack. Kannst du eintragen? Yes. Herr Chandon. Bam. Soll das euer Name sein? Yes. Ohohohoho. At least, Sie kennen Ihren eigenen Namen. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes. It's an effigy of you. Okay. Ähm. Hier können wir alles bestimmen. Okay, ja. Machen wir mit Klasse und Gabe. Also, Klasse. Was wollen wir sagen? Ein Krieger? Ein Ritter? Ein Schwertkämpfer? Ein Bandit? Ein Kleriker? Zauberer? Erkunder? Bettler? Ähm. Krieger. Kampferbrote, Krieger. Sehr stark und geschickt. Enorme Waffenerfahrung. Ritter? Umherziehender Ritter. TP und Anpassung hoch. Kaum zu bezwingen. Warum die Sachen anrunscht? Ähm. Schwertkämpfer? Hochbegabte. Hochbegabte Schrägerber. Kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Ein nadenloser Gesetzloser. Sehr geschickt erfahren mit dem Bogen. Zieht das jeder Tanz. Hoher Wille und Wunder leiten ihn. Ich glaube im Endeffekt ist es ja egal was man nimmt, aber von der Ausrüstung her. Natürlich so ein Ritter, ein Krieger cooler. Bandit. Sehr geschickt erfahren mit dem Bogen. Zieht aus jeder Distanz. Okay. Ähm. Ähm. Er ist nicht am stärksten hier. Der ist ja am coolsten aus. Aber. Was nehmen wir denn da? Das ist echt schwierig. Ich würde gern Krieger sein. Mit den ganzen. Aber der hier ist ja. Das ist auch nicht der schlechte Schwertkämpfer. Der Bandit. Ich glaube alle können ja nachher auch ein Schild tragen. Im Endeffekt ist es ja egal. Ich glaube wir nehmen. Also ich würde sagen das ist das leichteste und das ist wahrscheinlich auch der schwerste. Man den nimmt den Bettler. Aber wir nehmen mal den. Ich nehme den Schwertkämpfer. So. Klasse. Schwertkämpfer. Gabe. Oh. Was gibt es da? Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Ein Vertrautbecknis abhüllt. Lässt Hüllen wieder leben. Heilstoffe. Die wir als Objekte die Gift heilen und TP widerstellen. Wichtig für jeden der Drangler bereist. Heimatknochen lässt euch zum letzten. Riesenbaumsamen. Ein Samen des Riesenbaums. Nicht etwa. Wahrscheinlich ist etwas. Was? Okay. Den Lebensring. Ja. Okay. Außerdem brauche ich nicht groß machen. M-M-M. M-M. Du bist nicht anders, ich würde es denken. M-M. Geh durch die Tür und schreit zu den Boden. Und erinnere dich. Hold on to your souls. They're all would keep you from going hollow. Oh, ich will dich nicht mehr. Du verlierst eure Seelen. All of them. Over and over again. Okay. Wo sollen wir denn hin? Kommt er hoch? Ein Menschenbild. Gibt es da noch was? Nö. Gehen wir da runter? Ja? Du musst auf eine Reise ohne Rest gehen. Ich glaube, wenn du dich auf einem Armplatz findest. Aber wenn deine Wille noch nicht verbringt, dann kannst du hier zurückkommen. Okay. Mit einem cleanen Schlauch. Kann ich weiter an Kisten? Okay, dann gehen wir raus. Mal sehen, wo wir hinkommen. Ah, hier ist ein Leuchtfeuer. Fackele und Seele eines Untoten. Okay. Okay. Okay, mit zwei Waffen zu kämpfen habe ich ja noch nie probiert. Ich habe ja immer ein Schild gehabt. Ähm. Testen wir mal, wie das wird. Ich habe ja keinen Schutz in dem Sinne. Ne? Hier gibt es verschiedene Wege, die man gehen könnte. Gehen wir erstmal hier längs. Gucken wir mal. Ne? Enten ist dann eine Trolle. Was ist das? Was haben wir denn so da oben drin? Fällt ein wenig CP wieder her. Seelen für das Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Wo waren die Fackel, die wir gefunden haben? Okay. Ne, 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 ne. So. Okay. Wo wir jetzt genau hin sollen, weiß ich noch nicht. Da hinten ist auf jeden Fall so ein riesen Troll oder was da ist. Da war ich vielleicht nicht hin direkt. Aber es gibt ja also echt verschiedene Wege. Gehen wir geradeaus weiter. Welchen Weg wir als erstes aufnehmen sollen, weiß ich gar nicht. Haben wir die Fackel gerade eben gar nicht aufgenommen? Hat er ja nicht gesagt, er hat eine Fackel aufgenommen? Nicht verkehrt. Oder habe ich das falsch? Habe ich das geträumt? Dass da stand Fackel und Seele. Wer ist er denn? Na gut. Gehen wir mal zurück. Huch, die Mauszeiger da rauf. Wollen wir nicht. Gehen wir mal hier rein. Kann ich gar nicht rein? Okay. Versuchen wir diese Tür da an. Achso, ich habe das Menü noch an. Deswegen. Mal ausmachen. Und dann geht es da rein. Angriff? Ja. Ziel fixieren. Ein aus. Bei eher fixieren, Ziel wechseln. Okay. Okay. Halten. Okay. 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 Mann, Mann, Mann. Warum steht dieser komische Typ da? Also, das hätte man auch hier lesen können. Wahrscheinlich hinter dem Gegner kritischer Angriff. Okay. Mhm. Ein Dolch. Okay. Okay. Ausgerüstete Waffen wechseln. Okay, da haben wir nicht so viele Waffen, die wir wechseln können, aber gut zu wissen, dass wir da welche haben. Na nun? Ich habe einen Controller ausgegangen, aber wir sind uncool. Schritt zurück. Oh. Erleben steilen. Was steht hier? Gegenstand benutzen. X. Ich glaube meine Batterien sind leer. Oh nein, das ist ja schlecht. Wir werden gleich mal gucken, wie wir das machen. Warte mal kurz. Zack, das mache ich ganz schnell hier. Ich tausche die mal ganz kurz für euch. Dann halten die vielleicht ein bisschen länger. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sollte wieder da sein alles. Okay, warte jetzt. Durch den Hebel. Kann man bewegen. Das ist ein Nest. Ach, das ist wie beim ersten Teil. Da konnte man ihnen auch irgendwas geben. Aber ich habe leider nichts Seidiges. Sonst würde ich ihnen das geben. Nein! Aber das war ja dumm. Eigentlich wollte ich nicht runterspringen, sondern... Wollte runterzleiten. Na gut, klappt ja nicht. So, da sind wir reingangen. Gehen wir jetzt hier rein. Rechte Waffe, zwei nicht führen. Ah, okay. Alten, linke Waffe, zwei nicht führen. Okay. Übersuchen? Ach, hatten wir schon. Da geht's weiter. Im Sprinten, Sprint-Sprung. Okay. 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 Ei, 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 ei. Gelbes Kraut. Wo geht's denn weiter her? Der Heimgang? Aber das Baum kann ich aber nicht draufklettern. Nein! Das war ja ernst, ne? Hahaha. Mein Gott, ich wollte springen und dann... naja. Cool wäre ja der Sprung auf den Knopf, ne? Irgendwie. Ja, da müssen wir mal so Sachen wiederholen. Das war auch echt leicht blöd von mir. Das war auch echt leicht blöd von mir. Ah, warte mal. Oh! Das ist aber voll blöd, das so zu machen, finde ich. gut. Versuchen wir mal. Das ist schon sehr nervig zum Springen. Also so ist das wirklich sehr nervig zum Springen. Na gut. Müssen wir mal gucken. Ich kann das ja irgendwo einstellen im Menü. Kann man das ja irgendwo einstellen im Menü vielleicht? Ja, vorletzend. Sprungsteuerung. Welchen Button könnte man denn da geben? Das geht natürlich nicht, weil wir alle anderen Button natürlich für irgendwas anderes benutzen. Hm. Kann man auch einfach so springen? Ne. Gut, müssen wir uns noch mal was überlegen. Aber so finde ich es wirklich sehr, sehr kacke. So, hier geht es auch nicht höher. Dann gehen wir auch mal rein. Gucken wir mal was hier steht. Durchsucht eure Umgebung. Oh! 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 Kaum an der Kante falle ich schon runter. Also jetzt sind die ersten. Ganz ehrlich. Ich sterbe schon wieder so viel. Das ist doch nicht normal. So oft kann man doch gar nicht sterben. Doch. Ich schon. Ah perfekt. Kacke. Ich muss noch Sachen holen. Echt blöd. Das wäre wirklich blöd. Oh! Ah! Ah! Umstoßen. Okay. Aber wie ihr gerade gehört habt, ist mein Akku gerade wieder leer gegangen. Deswegen von daher hätte ich immer voraus achten sollen. Aber wir sind ja schon weit gekommen. Deswegen machen wir gleich hier einfach mal Pause. Dürfen wir mal hier runter. Da schießt einer auf mich. Da oben. Okay. Da schießt einer auf mich. Welcher Hotel? Nein! Du blödes Arschloch. So. Okay. Ähm. Ist auch echt frech. Dann nochmal hier durch. Ähm. Okay. Wenn wir den Baum nur umkippen können. Oh. Dann sind wir wieder hier. Gibt es ja nur noch eine Stelle, wo wir rein können. So. Von da sind wir gekommen. Wir sind eigentlich nur da hoch, ne? Dann sind wir da mal hoch. Wo wir da einkommen. Wo wir da einkommen. Welche Köder? Okay. Zerstören aber Loch. noch. Gut hinhören. Hurra für Skelett. Ne? Ein voraus. Finstergeist voraus. Verdammt teuer. Brauch voraus, dass wir in Bewegung bleiben. Wiedervolk. Majula. Gut. Ähm. Ich würde sagen, hier stoppen wir aber Majula. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Hoffe euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Jo. Bis dahin erstmal. Tschüss. 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 Tschüss.